Meine Damen und Herren, die Porno-Romantik ist dahin, wo wir früher bei uns in der Klasse hübsche kleine Porno-Disketten weitergereicht haben, klickt sich jeder heute durchs Netz. Und deswegen möchte ich behaupten, dass heute mehr Leute Pornos schauen und viel, viel öfter. Ob das wirklich so ist, klären wir jetzt. Kurze Frage. Wie oft schaust du Pornos? Was? Jetzt in der Runde ist es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, aber... Das ist mein Vater neben mir. Bitte? Das ist meine Freunde neben mir. Pornos? Gar nicht. Wieso nicht? Kein Interesse. Wirklich nicht? Nee, wozu? Nie gemacht. Wozu, nee, wozu? Mhh, nein. Ja, nicht so viele. Wir sind von der Schule zur Zeit unterwegs, da geht es halt schlecht, ne? Fändest du das blöd, wenn er Porno schaut in der Beziehung? Wenn du eine Freundin hast, ist das so sinnlos. Warum das denn? Man kann doch auch trotzdem alleine Spaß haben. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Wie machen Sie das dann mit der Sache? So, wie Sie das gehört. Wie gehört es sich denn? So, wie ihr da schon eine Pornos seht. Wie oft schaust du Pornos? Ich schaue nicht Pornos. Sie haben keine Pornos? Nein. Warum sieht sie dich eigentlich? Ich mache, was ich will mit meinen Freunden und das ist okay für mich. Ich kenne eine klitzelnde Frage. Es geht um Pornos. Pornos mag doch jeder. Pornos sind schön. Pornos sind toll. Warum schaust du keine Pornos? Ja, weil mir die nicht über den Weg laufen. Aber jetzt, weil du eine Freundin hast oder auch schon früher? Auch früher, ja. Boah, sie ist auch gerade etwas. Was? Überrascht dich das? Ja, voll. Wie das überrascht dich? Das überrascht mich schon voll. Das ist ja eigentlich schon die Norm, dass viele Männer Pornos gucken. Do you watch porn? Ein oder zweimal pro Monat. Ich habe viel Sex bekommen, ja, so ich habe keinen Brauch für Pornos. Wenn du Pornos schaust, was schaust du für Pornos? Was ist da der Inhalt drin? Asien, weiblich. Was genau interessiert sie da, wenn sie Pornos schauen? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Richtung, die sie gut finden? Klassischer Zweier, gerne im Bett. Und ein Hund dabei. Genau, Tierpornos habe ich auch schon mal gesehen. Um Gottes Willen, warum das denn? Vor 20 Jahren haben wir das öfter gemacht, allerdings, ja. Mit Pferden, mit Aalen oder irgend sowas, Ziegen, oah. Alles klar, ich danke dir sehr. Mach's gut, ciao, ciao. High five. Oh, war das die Wichshande. Kennt ihr, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was man sagen soll? In der Situation bin ich gerade, aber da ich dafür bezahlt werde, was zu sagen. Ja, Mensch, was war denn da los? Ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele anscheinend keine Pornos schauen. Das glaube ich aber nicht wirklich. Natürlich in die Geschichte. Alla dieser Umfragen wird der eine Kollege eingehen. Ne? Mein Gott. Ich weiß, was er gehört hat.